ja ja es ist so wichtig dass die europäische einen herzen konnte der Call of Duty Black Ops Gamehead Commentary hier auf meinem Kanal ja das Gameplay ist nicht von mir spiel das ist von voll ins Maul 88 er spielt er spielt hier mit der roten AKS 7 4 ja es ist ein Fall für alle auf Summit er ist erst bei der vierten Minute irgendwas rein gejoint und er basht hier mal die Gegner so richtig er hat Blackbird Chopper Gunner und die Hunde mit er reichte alles und ich glaube sogar dass der erste Gegner schon 27 Kills hatte und er basht die Gegner richtig und schafft ein 30 zu 0 ihr glaubt es nicht der hat wirklich was drauf der Junge und ja ich hatte ja eine Live-Konto hochgeladen und warum ich die jetzt wieder rausgenommen und zwar ähm ja warum ich die rausgenommen habe ganz einfach weil ich fand sie einfach schlecht da ich ähm mich irgendwie ein bisschen sehr doll aufgeregt habe und ähm ja Mann ich habe die Rede hier schon wieder von Gast hier vor Steve Steffen sag mal was er war Mann mir fällt mir fallen echt kein Thema ein und ja ähm ja Gamescom und zwar wurde ich eben gefragt ob ich mit jemandem auf die Gamescom gehen möchte und äh von Marc Oleg ey stell dich mal auf Sturm von Marc Oleg und ja den kennt ihr vielleicht nicht er macht aber keine YouTube-Videos Marc Oleg und mit dem werde ich dann höchstwahrscheinlich auch auf die Gamescom gehen und vielleicht ich weiß es nicht mal sehen keine Ahnung also er hat mich gefragt äh glaube ich zumindest dass das eine Frage war da war es sehr schwer zu entziffern ich frage nachher nochmal bei Facebook und ähm ja ich werde natürlich auch auf die Gamescom sein ihr könnt mir ja schreiben ob ihr auch meine Gamescom sei auch auf der Gamescom seid in der Gamescom auf der Gamescom und ähm das Gameplay geht auch nur zwei Minuten weil er so die Erbäschung ich habe den ähm Churper gar nach vorgespult weil das ist so langweilig und ähm ja jetzt wisst ihr Bescheid warum ich die Live-Kommentarie rausgenommen habe falls ihr sie gesehen habt falls ihr sie noch nicht gesehen habt dann wundert euch nicht falls ihr sie gesehen habt wundert euch ja und ähm schreibt mir einfach in die Kommentare ob ihr auch zur Gamescom geht oder nicht das war es eigentlich schon von mir wieder Leute das Gameplay ist jetzt auch schon zu Ende 30-0 ist sein Endscore bis zum nächsten Mal Leute Ciao bis zum nächsten Mal Leute 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 bis zum nächsten Mal Leute